sicher also aber ich noch nicht hinbekommen bei der Worte Papier weil ich bin ich hier gerade noch mal machen und der soll auch war das Essen fertig so die Sunderkunde um den Koppel Koppel Prozent auch ganz schnell an wenn es sein dass du und die Eisenrüstung anders war ich habe ein paar Euro nur eine Portion wieder aus der Holzkiste mit ja würde ich dir mal vorschlagen wieder zu benutzen weil sonst das Koppel und zwar werde ich jetzt so machen dass ich was wollte ich bauen Prozent und ja ich hab's heute echt ich wollte mir eine Schufe zu beten Jürgen Schuhe haben wir eigentlich leben nehmen wir nicht wir haben nur ich glaube ich habe es kommt so klar er war neclerc märk 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 darf zurück sind heißt er beginnt der neue roter die beim flur haben wir sind bald mit dem was immer Probleme bei dem alten hat man die probleme weiter wo es ist typisch Telekom und jedes Mal wieder auf YouTube jedes Mal wieder auf YouTube geht ich rucke rum, ich bin ein blöder Ruter Boah, Junge, ey Der braucht jahrelang, um irgendwie Videos zu laden oder sowas Weißt du, die Bilder von Buddha von, die Die Ginger von Buddha von, weißt du, die machen das eh mal von ein paar Sekunden, zack, hat das Video geladen, komplett fertig, zack, machst du da Die Telekom... Und zwar hätte ich irgendwie Lust, einen Portalraum zu bauen, also für die Portalgangs Wo könnte ich den machen Ähm, warte, ja, komm mal mit hier Also hier in unserer Wohnung irgendwo, oder? Ähm, ja, warte, ich muss grad gucken, wo war das denn jetzt hier? Helfe Achso, der war hier Genau, ähm, ja Eben halt dort Komm mal hier, da siehst du den kleinen Nebeneingang hier Ja Da rein kannst du setzen Da unten hin Da muss man das noch verbinden, aber da kannst du... Ja, wenn du das ausbaust, ohne die Wohnung zu beschädigen, kannst du da einen Portalraum rein klatschen Okay Und die Wohnung zu beschädigen, wenn die beschädigen, fahre ich dich sowas von zusammen Ja, ne, ich mach schon So Hast du cleanst los? Dürfte da doch eigentlich... Dürfte doch eigentlich jetzt hier soweit gut sein, war Ja, so, äh, die sperre ich jetzt gleich aus, ja? So, wieso? Weil... Doch, ja klar, ich muss doch da zu machen, da kommt doch gleich cleanst los hin Hast du denn noch welchen für mich? Baust grad... Ne, gerade nicht... Hast du jetzt die Wohnung kaputt gemacht, oder was? Nein Ne, da würde ich aufpassen, also nicht nach oben würde ich bauen Ne, ne, hab ich nicht vor So So So, jetzt kommt da Glas rein, das passt doch Muss man da später nur noch ne Treppe nach oben machen, ne? Naja, du kannst doch, da an der Seite ist doch schon eine Da hinten Ach, du hast die Terrasse angeknabbert, du Oh, wie Was? Du hast meine Terrasse angebaut Naja, das muss ich neu machen Echt? To better Dank Naja, du geht ja Noch geht's Okay Ist ja nicht so gut No, jetzt hab ich die Treppe kaputt gemacht Hups Wo soll die sein, die Treppe? So, hier kommen wir jetzt ein... Ja, die kommt jetzt hier gerade, ich hab die gerade weggebaut Na gut, dann müssten wir aber dann, dass wir hier außenrum wieder noch zu machen, ne? Da wir nicht nach draußen müssen und dann in den Portal auch mal erst rein können Na komm, ist doch, ist doch so in Ordnung Du musst doch hier in die Höhle Hier hast du die Treppe jetzt nach oben, ist doch alles immer frei Du kannst das ja, wenn du die Kristalle suchst, kannst du das ja noch absichern mit diesen Kristallen eben halt, ne? Das ist ja auch noch ne geile Sache Ja, aber ich denke mal, dass ich jetzt zumachen werde gleich Aber bitte nicht irgendwie hässlich zumachen, ja? Nein Sonst muss ich dich töten Ja, natürlich Das wird klappen So, jetzt mach ich hier oben Holz hin weh, du baust das gleich wieder ab, dann bringe ich dich wieder um Warum soll ich das in Abbauung? Ja, ja, du baust unten einen Portalraum, kenne ich So wie damals bei der großen Villa Ja, ich baue hier eine Villa hin Drei Jahre später war der Ding immer noch nicht fertig und der Ding war halb kaputt von mir Da haben wir hier Nein, 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 nein so fies bin ich nicht ,, Ja, bitte Lüttel ich habe nur laut gedacht auch so ach du bist auch clean zu zaubern genial ich bin immer noch hier in unserer Dings da kann man dann in den Loller kann man jetzt in den Portalraum reingucken das ist geil naja weiß nicht wie was so gut ist jetzt musst du spätestens dann merken wenn es knallt hm ach so ne wir müssen das Portal draus lassen weil da kommen jetzt doch mittlerweile die Schweinemenschen und so'n Scheiß durch ach ja richtig der Scheiß wir müssen da draus lassen ja gut aber auch absichern können wir uns ja hier ne ja ich hab auch diese Kristalle da die machen doch gut Schaden ähmm Cleanstone da da tada da da op so sieht doch schon relativ gut aus kuhn mal nach oben ich steh über dir hier hinten ja gut wo man das jetzt wo sollen wir das denn auskommen lassen das portal ich meine jetzt wieder auf der anderen seite ja ich mache jetzt hier ein portal und wo soll ich das andere hinter machen wo man wieder rauskommt da wo es war oder was auf der anderen wird in hell und das andere portal bleibt doch und wird von never gesetzt nein doch einfach mit der portal dann meine ich so er setzt oben in die basis damit man aus der hölle und schnappt was machst du auch muss hier mal eine tür rein machen ja ich habe kristalle gut ja ich bin noch nicht fertig bin immer noch oben im dinkraum dran ja ich weiß es leckt also was wollte ich denn jetzt dauer Prozent mehr nachzüren setzen so wie so wie so wie dort heidenwelle den anderen setze ich jetzt andere portal ist natürlich jetzt hat jetzt nach draußen auf der anderen seite ach das ist ja schon ja okay das ist ja schon da gut wenn jetzt ich das portal ist kommt auf der anderen seite unserer höhle aus also draußen da wurde ich vorhin auch schon war so jetzt haben wir hier jetzt haben wir hier zwei eingänge mit türen wir haben oben den schlafraum der noch nicht fertig ist und eine terrasse die auch noch nicht fertig ist wo ist hier der schlafraum hier das äh was hier ist das gebilder oder ja ja der ist noch nicht fertig der mach ich gleich fertig also noch keinen bettplatz sonst bring ich dir hin ja der sieht doch gut aus ja den portalraum kann man jetzt nicht genau so einsehen ja doch kann man wohl wenn man hier steht aus so und sagt doch doch er hat ja was schon mal nicht schlecht aus ich hab schon wieder kein Kind kann nicht sein da hat er 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 zack sollen wir mal eine essensruhe machen äh ne gerade nicht aber wir sollten wir vielleicht mal ein Glas wieder rein tun wo ist denn das? äh ohne hier als Glas auf der Truhe ja ja ich hab oh ja das dürfte reichen ja ja ich hab' ich nicht ach nee, das ist ja noch ok ich brauche nur noch ne Fuckel ohne Fuckel nix los ich brauche eine Fuckel ne Fuckel eh ne Fuckel? Alter, die Fuckeln hier sind so kacke verteilt hier von mir das ist kaum die wie saaah Du bist Graveeeel. Irgendwie geil, die neuen Sounds vom Gewitter hier in dem Spiel sind irgendwie richtig nice. Ja, ist mega irgendwie, das stimmt. Ist mega genial. Also ich mag die irgendwie so. Oh, es ist irgendwo der Blitz eingeschlagen. Oh ja. Also ich finde ja, wir sollten hier echt unsere Hütte hier noch ein bisschen mehr arbeitern irgendwie. Das reicht doch, wir haben doch genug. Wir können jetzt hier noch Tische und Bänke reinsetzen. Hier oben können wir jetzt das Schlafzimmer raus machen, das ist doch geil. Na stimmt, doch. Machst das doch auf der Terrasse. Äh, die Terrasse ist fertig. Also da kann ich jetzt gleich was machen mit, wenn ich Lust und Laune haben. Können wir nicht auf der Terrasse die Betten hin tun? Naja, das ist doch kacke. Lol! Wieso ist denn hier kein Boden? Gute Frage. Äh, ja, ich hab doch gesagt, du sollst dich unterleppen. Nja, nicht so hoch, Leute. Okay, das heißt, du musst gleich unten mit Cleanstone absichern. Jo. Wir brauchen mehr Wolle, weil dann können wir nämlich hier voll geil so richtig alles mit Wolle auslegen. Ist doch voll geil. Ja, unten ist, äh, hier ist so eine Wolle drin. Eine. Ja, weiß. Ja, wir brauchen weiße, keine schwarze. Und schwarze, ja auch noch. Nein! Keine Wolle mehr! Nein! Ja, gib mir mal die zwei Betten. Ja, Moment, der Druck ist gerade. So. Ja, die hüpfen ja auf der Treppe. Geh mal weg, guck mal! Guck mal, jetzt auf die Treppe. Geh mal weg da. Und es ist weggehen. Guck mal. Ja. Ja. Daher teachiert mich nicht.